Täglich verfolgen wir in den Medien die hoffentliche Genesung von Schumacher und Morgenstern. Beide erlitten bei ihren schweren Stürzen ein Schädel-Hirn-Trauma. Aus diesem aktuellen Anlass haben wir diese Thematik aufgegriffen. Wir haben einen Intensivmediziner dazu befragt und haben dadurch einen kompetenten Einblick zu diesem Thema erhalten. Wir reden erst über das Schädel-Hirn-Trauma und ein paar anatomische Begriffe vorher. Der Kopf ist ja mit dem Hals, mit dem Körper verbunden. Der knöcherne Anteil des Kopfes, das ist das, was wir als Schädel bezeichnen. Und der Schädel hat eben zwei Teile, den Gesichtsschädel und den Gehirnschädel. Der Gesichtsschädel ist das, wo die Körperöffnungen sind für Atmen und für Essen und Trinken. Und auch die Verbindung über die Nerven zum Gehirn. Das sind ja so Organe wie die Augen zum Sägen und die Ohren zum Hören, Mundgeschmack und über Nase Geruch. Der Gehirnschädel selber ist eine Kapsel, wo das Gehirn drinnen mehr oder weniger geschützt ist. Das Gehirn als Steuerzentrale des Körpers. Dieser Inhalt dieser Gehirn-Kapsel besteht wieder aus drei Teilen. Dem Gehirn selber mit den wichtigen Nervenzellen und den Zellen, die die Nerven unterstützen. Einer Flüssigkeit, in der der Gehirn- und Rückenmark, das gehört ja alles zusammen, drinnen schwimmen. Und dem Blut, das die Nährstoffe und den Sauerstoff ins Gewebe bringt. Das Ganze ist dann auch altersabhängig. Das heißt, je jünger der Mensch ist, desto weniger von diesen Gehirnflüssigkeiten hat er, weil der wächst ja noch und da dehnt sich der Knochen noch aus und wächst noch. Und je älter wir dann wieder werden, umso weniger werden die Gehirnzellen und die Unterstützungszellen. Damit überwiegt dann die Flüssigkeit. Das Zweite ist jetzt beim Gehirn selber, wenn das jetzt eine Verletzung erleidet, also dem Schädel-Hirn-Trauma, dann passieren jetzt zwei Dinge. Das eine ist, wie bei jeder Verletzung, das weiß man, wenn man sie einfach nur anhat, das schwillt an. So auch die Gehirnzellen und die Unterstützungszellen. Wenn die aber anschwellen und die Gehirnkapsel mehr oder weniger geschlossen ist, dann muss, wenn das Gehirn anschwillt, der Druck drinnen steigen. Der einzige Reaktionsmechanismus, den der Körper hat, ist, dass diese Gehirnflüssigkeit weniger wird. Das heißt, je jünger wir werden und weniger haben, desto schneller wird es dramatisch. Und das Zweite ist, es muss aber noch eine Durchblutung aufrechterhalten werden, weil er kann nicht einfach sagen, gut, dann durchblute ich einfach nicht, weil dann kommt es zu einer Unterversorgung mit Sauerstoff und mit Nährstoffen. Und das ist gefährlich. Wie wir aus der aktuellen Tagespresse und auch den Fernsehberichten und der Interviews der wichtigen Fachleute gehört haben, sind so 72 Stunden, also drei Tage, so das Zeitfenster, wo man schauen muss, in welche Richtung das geht. Weil das kann sein, dass sich das glimpflich beendet. Das heißt, es wird nicht sehr viel schlimmer oder es nimmt von Tag zu Tag zu. Dann werden mitunter lebensrettende Operationen notwendig, um dem Gehirn noch mehr Raum und Platz zu geben. Und das sind halt doch ganz schöne Eingriffe in den Menschen. Das heißt, zusammengefasst ist einmal, anatomisch ist die Menge an Gehirn, Gehirnflüssigkeit und Blut klar definiert, weil das ist die Gehirnkapseln. Das muss da drinnen Platz haben. Und wenn jetzt durch eine Schwellung des Gehirns bei einer Verletzung das Gehirn anschwillt, muss das andere, also Flüssigkeit, Gehirnflüssigkeit und Blut weniger werden. Und beim Blut muss man aufpassen, dass es noch genug ist. Also man hat gesagt, eine Sache ist die Schwellung. Blöd ist dann natürlich noch, wenn dann eine Blutung dazukommt, weil ein Bluterguss entsteht, der ja auch wieder einen Platz braucht. Und das Blödeste von allen ist, wenn Blutergüsse plus Schwellungen sind, was sehr, sehr häufig miteinander kombiniert ist. Und da habe ich gesagt, die kritische Zeit, die muss man versuchen zu überbrücken. Wesentlicher Faktor ist natürlich auch, wie groß und wie schwer die Verletzung ist. Und das ist eine Frage der Unfälle-Mechanik. Das ist eine Frage, wie es passiert ist. Weil da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten wieder, was man maskieren kann. Und nur um einen Anhalt einmal zu geben und überhaupt einmal so eine Idee zu haben, wie das größenordnungsmäßig einzuordnen ist, was da für gewollt auf den Körper wirkt ist. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man würde mit 30 kmh, das ist sehr, sehr langsam, wie wir alle wissen, gegen ein stehendes Hindernis fahren, dann ist das so wie Sturz aus zweieinhalb Meter Höhe. Das ist da ungefähr diese Raum- und Zimmerhöhe. Mit 50 kmh, also das ist das, was man im Stadtgebiet fahren darf, gegen ein stehendes Hindernis. Das ist ungefähr so, naja, Dachhöhe bis dritter Stock. Mit 70, das ist Überlandstraße, gegen stehendes Hindernis, das ist so zehnter Stock aus dem Haus. Das ist schon ein schönes Hochhaus mit zehn Stockwerken. Und mit 100 gegen stehendes Hindernis, das ist ungefähr vom Kirchturm, also so circa 40 Meter. Es kommt also nicht nur darauf an, wie schnell man zum Beispiel war, sondern auch, wo man aufgeprallt ist. Also aufgeprallt, im Sinne eines stehenden Hindernisses, wie Hauswand, Holzstoß oder so irgendwas. Oder wie beim Skispringen, wo man halt in ein steiles Gelände noch fällt und halt noch etwas wegrutscht. Das sind halt immer noch Unterschiede, wo man zwar die Geschwindigkeiten schlimm sind, aber vielleicht der Sturz noch deswegen glimpflicher ausgehen kann, wie wenn man gegen einen LKW zum Beispiel fährt. Wenn wir jetzt eben so einen Patienten bekommen, mit einer offensichtlich schweren Schädelverletzung, dann stellt sich immer die Frage, was tun? Und da gibt es bestimmte Handlungsabläufe, die man versucht immer, den Patienten angeteilt zu lassen. Das eine ist, er braucht auf jeden Fall einmal Ruhe. Das ist das Erste. Das Zweite ist es, er wird überwacht. Kreislauf, Atmung, neurologisch. Wenn er dann eine schwere Schädelverletzung hat, dann muss man ihn in den künstlichen Tiefschlaf versetzen, damit der Körper möglichst wenig Sauerstoff verbraucht. Wir haben ja gesagt, Gehirn braucht einen Platz. Bei Verletzungen schwillt es an, vielleicht sind noch Blutergüsse dabei. Diese Flüssigkeit wird weniger auf Kosten des angeschwollenen Gehirns. Und wir wollen aber eine Durchblutung des Gehirns. Und so viel wie möglich und wie notwendig vor allem Sauerstoff zubringen. Und das mit dem Sauerstoff hinbringen, das ist so eine Sache, wenn das Gehirn in tiefer Ruhe ist, also im Tiefschlaf, dann braucht es weniger Sauerstoff. Sprich, die Sicherheitsbreite ist einfach höher. Das ist eine Sache. Also Tiefschlaf, damit das Gehirn sich ausruhen kann, bildlich gesprochen, und weniger Sauerstoff verbraucht. Die zweite Geschichte ist, wir haben gesagt, diese Kapsel ist eine Umhüllung, die nicht noch gibt. Der knöcherne Schädel gibt nicht noch. Wenn das jetzt anschwillt, steigt der Druck. Und da hat man praktische Erfahrungen mit bestimmten Grenzwerten, ab wann dann neurochirurgische Operationen notwendig werden. Und diese neurochirurgischen Operationen, auf die wir gar nicht im Detail näher eingehen, ist das Wesen nur das, dass man quasi dem Gehirn mehr Platz gibt. Also sprich, die Knochen vorübergehend durch eine Operation entfernt, den Schädelknochen, an bestimmten Stellen. Das kann man nicht einfach nur so wie einen Hut herunternehmen. Und dem Hirn etwas zusätzlich Platz zu geben, um Zeit zu gewinnen, bis sich das Hirn wieder erholt, die Schwellung zurückgeht. Wir haben von 72 Stunden gesprochen. Wenn es so schwer ist, dass man diese neurochirurgischen Operationen machen kann, ist es oftmals länger als 72 Stunden, also eine Woche oder so. Und dann nachher, wenn sich das Ganze wieder erholt hat, diese Knochen, Teile wieder zurückzuoperieren. Die werden in der Zwischenzeit aufbewahrt und konserviert. Das ist eine intensivmedizinische Betreuung mit Messen des Hirndrucks, mit Sauerstoffversorgung garantieren und möglichst wenig Stress für den Patienten, um ihn dann sukzessive wieder aus dem Tiefschlaf zu holen und zu schauen, was dann noch an Funktionen wiederkommt und wie weit sich der Patient erholt. Jetzt haben wir über den Intensivaufenthalt gesprochen. Am Ende der Tiefschlafphase beginnt dann der Übergang, wo der Patient wieder aus dem Tiefschlaf in den Tag-Nacht-Rhythmus bringt und ihn wieder aufweckt. Das ist begleitet von intensivmedizinischen pflegerischen Maßnahmen. Das ist von Ergotherapie, Physiotherapie, Logotherapie. Viele Hände greifen da ineinander, um den Patienten zu begleiten, um den Übergang in die Rehabilitation und die Rehabilitationskliniken einfach sicherzustellen, wo man den Patienten wieder auf ein normales Leben vorbereiten kann und sie wieder in die Gesellschaft und in die Familien eingliedern kann. Die einzige Botschaft kann nur sein, der Schädel-Hirn-Trauma ist etwas Schweres, wie ihr gesehen habt, anatomisch kann man nicht aus. Wenn der Unfall einmal passiert ist, dann kommen die Konsequenzen. Wir versuchen während der ganzen Krankenhausphase die weiteren Schäden zu minimieren und gar nicht aufkommen zu lassen, aber das erste Unfall-Trauma, der erste Schlag auf den Kopf, der kann nicht ungeschehen gemacht werden. Daher die Konsequenz, Gurt rettet Leben, Airbag vermindert die Wucht des Kopfes auf das Lenkrad oder die vorderen Teile des Autos. Alles, was ein Zweirad hat, ein Helm, vom Fahrrad oder das Motorrad, Skifahren, Snowboarden, wer Hirn hat, schützt, das war ein großer Slogan. Das kann ich nur unterstreichen, denn ich denke, wenn der Schaden eingetreten ist, dann können wir schauen, dass es nicht schlimmer wird. Aber den Schaden erst gar nicht eintreten zu lassen, ist, glaube ich, die Maxime.